Hallo, wir haben jetzt die Francine Guineau hier. Bonjour, la on a Francine Guineau. Francine Guineau wird als Stargast im Jahresauftakt-Seminar sein. Francine Guineau sera le Star, Referent de notre premier rendez-vous, premier Présentat d'Affaires 2015. Das heißt, das erste Mal wird ein Jahresauftakt-Seminar mit einem Stargast aus dem Ausland sein? Pour la première fois, il y a un Referent de l'étranger chez nous. Und Francine Guineau ist eigentlich eine sehr unscheinbare. Francine Guineau, c'est quelqu'un de très ... on la voit presque pas. Eine Frau, die nicht viel ... sie ist nicht jemand, die mit ihrem Erfolg viel prallt. C'est pas quelqu'un, qui montre le succès, qui est là, qui fait le ... qui le montre, qui le fait voir le succès. Sondern er so still und heimlich einfach macht. C'est elle fait tout tranquillement, elle fait, elle fait, c'est tout. Und wir reden jetzt von einer Frau, die 5,1% hat. On parle d'une femme, qui a 5,21%. Und auch in 2015, absolut den Goldorganer durchzieht. Und ich möchte einfach kurz, dass du dich selber mal kurz vorstellst. Einfach kurz erzählen, wo du herkommst. De nous dire, d'où c'est que tu viens. Kurz. Und dein Beruf vielleicht auch. Ton métier. Und was deine innere Motivation ist. Et ta Motivation d'intérieur. Bonjour à tous. Je viens de France, de Bourgogne, à côté de Dijon. Guten Tag. Ich komme aus Dijon, aus Bourgogne. J'ai, à 51 ans, j'ai rencontré LR. Als ich 51 Jahre war, habe ich LR kennengelernt. J'étais une ancienne cadre. Ich war eine frühere Führungskraft. Qui s'est retrouvée donc au chômage. Die plötzlich arbeitslos wurde. Et grâce à LR, j'ai pu trouver ma voie. Und dank LR, konnte ich meinen Weg wiederfinden. Voilà. En l'espace d'un an, j'ai été leader d'organisation. Innerhalb eines Jahres war ich Orgaleiterin. Deux ans où j'ai stagné parce que j'ai fait un peu du social. Zwei Jahre bin ich stagniert, weil ich ein bisschen Sozialarbeit geleistet habe. Das heißt, zu viel für die Partner gemacht, falsch gearbeitet. Ja. Elle a travaillé trop pour le partenaire. Tout à fait. Et ensuite, j'ai pris la décision de monter dans cette échelle de carrière. Et puis, j'ai trouvé ma décision, j'ai été décisioné de la carrière. 2013, leader d'organisation Bronze, leader d'organisation Argent, meilleur L.O. de l'Europe de l'Ouest. 2013, bronze Orgaleiterin, silber Orgaleiterin und beste Orgaleiterin des Jahres 2013, Europa West. Diese tolle Frau wird kommen am Jahresauftragsseminar 2015. Cette super Dame va venir chez nous au premier Seminaire début de l'année 2015. Alle deutschen Teilnehmer aus ganz Deutschland und vielleicht auch aus der Schweiz werden sich unglaublich freuen auf dich. Et tous les participants de l'Allemagne, de toute l'Allemagne et de la Suisse vont être super contentes de te connaître. Merci. Bonter Aufdrücker.